So, da sind wir wieder. Wir sind ja hier letztens stehen geblieben. Ich sehe da oben sind Tauben, die sollen mal alle zu mir kommen. Ich brauche nämlich Energie. So, dann speichern wir nochmal schnell. Ey, saulol. Hoffentlich haben wir jetzt den Zeitpunkt gespeichert, wo wir nicht tot waren. Okay, alles klar. Das sind die Tauben nämlich auch jetzt weg. So, was ist denn jetzt hier Sache überhaupt? Also, wir müssen natürlich jetzt hier irgendwo noch... Müssen wir irgendwie nochmal weiterkommen, ne? Also, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung. Warte, vielleicht kann man hier ja drunterrollen. Ich muss mal gucken. Ah ja, hier kann man drunterrollen. Ah, ah, oh man. Der folgt einem nur. Ich hoffe, der erwischt uns nicht. Das Ding ist jetzt down. Ist ja ein Traum. Ähm. Oh man. Jetzt habe ich tatsächlich hier schon nochmal drauf gedrückt. Ist nicht so schlimm. So, hier kommt der. Du kommst jetzt mit. Komm jetzt, komm jetzt. Jetzt können wir dich auch mal eben kurz nochmal zerstören. Und uns selbst auch. Oh mein Gott. Rollen. Mit Rollen ist man allzu schneller. Das ist ja interessant. Jetzt dürfen wir natürlich auch nicht über... Oh, Junge. Ich lerne auch aus meinen Fehlern nicht so wirklich, ne? Nein, ich möchte gerne nochmal hier starten. Ich laufe jetzt hier mal ganz gechillt hin. So. Dann machen wir das auch mal hier schnell. Mit dem. So, komm her. Hier laufen wir, damit wir da nicht reinrollen. Und der uns mal folgt. Danke. Gabons. So. Und dann können wir jetzt nochmal rennen. Dort runter. Und ich mache, glaube ich, nochmal schnell... Einen Schnellspeicherpunkt hier hin. Ach, hier sind auch schon die Glocken. Oh, es kommen keine Spinnen. Das ist ja mal interessant. Ja gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir gehen dann am besten mal hier oben hoch. Und zaubern mal. Nicht, dass hier gleich irgendwie was runterkommt. Also das war jetzt beispielsweise zehnmal einfacher als diese Sprungpassage. Ich bin da verrückt geworden. Alter, das hättet ihr mal sehen müssen. Bis ich dann diese Schnellspeicherdinge gemacht habe. Erstmal geguckt. Dann muss man da vielleicht laden. Kann man das vielleicht nutzen? Das hat mir das Leben so ein wenig erleichtert. Aber man musste halt immer diesen Schrittmenü an. Blablabla. Hin und her. Voll nervig. So. Eins oder zwei. Kann man den mal... Was ist das hier eigentlich? Ah, hier sieht man schon mal irgendwas. Zwei haben wir schon geschafft. Was ist das denn? Auswählen? Achso, den kann man sich angucken. Warte, wir sind jetzt... Moment. Wir sind ja in den hier... Wollen ja in den rein. Ach, da kann man sehen, dass... Wo die Steine sind. Da ist das Feuer. Da sind irgendwie Klingeln. Das sind zwei Schalter oder so ein Quatsch. Und die Spinnenviecher. Also die... Wie heißen die eigentlich nochmal? Ich hab keine Ahnung. Die sind die anderen vier, ne? Ja, ja, cool. Ja, komm, dann gehen wir hier mal rein. Ach, jetzt hab ich das Gefühl, jetzt läuft's auch wieder. Ich hatte gerade so ganz kurz so einen Moment durchdacht. Oh mein Gott. Der heilt ehrlich nicht aus. Da ständig diese mega übertriebenen Sprungpassagen dazu haben. Die vor allem solche blöden Checkpoints hatten, ne? Alles cool hier? Lol! Yo. Alles klar. Schnellspeichern ist auch ein bisschen cooler. Dann musst du nicht immer wieder so lange beim Laden, ne? Dann hast du nicht mehr dieses Spawn-Ding. Oh, ich hätte fast... Irgendwas. Was willst du so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Lol. Was hat das denn jetzt für eine Scheiße? Ja, aber die Viecher sind jetzt natürlich kaputt gegangen. Oh ja, das sieht gut aus. Wie ist das denn aktiviert worden mit diesem Fleisch-Ding, ne? Was kann das hier? Geht hier irgendwas? Oh ja, hier geht irgendwas. Oh, hier sind Vögel. Dann springen wir mal rein. Schauen, was hier abgeht. Können wir tatsächlich in die Farm? Oh, Gott. Oh mein Gott. Hier sind schon wieder diese Viecher. Jau ist killer. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier hochspringen. Hier ist auf jeden Fall so ein Blitz. Damit machen wir den Blitz aus. Okay, warte. Die sind jetzt gerade hier. Okay, die sind alle down gegangen. Das ist schon mal klar. Ich muss hier durch. Wie soll man da richtig viel Fleisch fressen? Meine Güte, da muss man ja richtig timetechnisch zack sein. Alter. Okay, ich muss da in die Mitte auf jeden Fall rein. Das ist schon mal klar. Okay, das können wir mal versuchen. Oh. Ich habe vergessen, das Fleisch da runterzufallen. Runterfallen zu lassen. Meine Güte. Roll, 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 roll. Jau, springt er mich Impfsprung an. Was ist das da für einer? Auch lustig. Hm, ich überlege gerade. Ich könnte eigentlich das machen, dann das machen. Und dann so einen Schnellspeicher machen. Ähm, ja. Runter. Boah. Weißt du, ich muss da normalerweise eine Sekunde vorstehen, ne? Um das, äh, halt hinzukriegen. Das ist das Problem. Also ich warte nochmal ab, so. Die haben das Essen dann noch. So. Haha. Ich werde hier verrückt, ey. Das ist ja genauso scheiße wie alles andere. Ne, warte, ich lade den Holz. Nochmal. Nochmal. Nochmal, habe ich gesagt. So. Alter, wie soll man das denn schaffen da? Das geht sau schnell. So, Momentchen mal. Das soll man schaffen, okay. Ähm. Also hier kommt man definitiv nicht durch. Alter. Aber es muss ja irgendwie machbar sein. Ich muss die, äh, Viecher ja da irgendwie reinlocken. Sonst, äh, sind die ja die ganze Zeit da am rumspringen. Aber kommt man da überhaupt? Ja, man muss ja da durchkommen. Hm. Hier habt ihr nochmal was. So. Wann muss ich das denn machen? Ich brauche eigentlich so eine... Ich müsste das Spiel so Zeitlupen-technisch mal eben kurzer haben. Also ich war gerade kurzer drauf. Also so ist es nicht. Boah, Alter, ist das schwer. Das bockt sich ja gerade null. Äh, aber... Schneller hier. Nope. Meine Güte, ich... ... verschwende hier zu viel Zeit. Nope. So, Momentchen mal. Ich mach jetzt hier lieber einen Speicherpunkt. So, und dann muss ich halt... So, dann haben die hier nämlich ein bisschen Zeit zum Essen. Und ich hab dann immer wieder... ... ... ... ... ... wieder ein bisschen die Zeit das zu versuchen hier, ne? Ah. Alter, 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 Alter. Warte mal. Vielleicht kann ich das ja auch so machen. Ne. Ich lass mich hier gleich schon wieder auffressen. Zack. Ich glaub, ich will da kurz davor auch nochmal speichern. Dass ich da immer irgendwie versuchen kann, irgendwie da hinzukommen oder so. Achso, ich muss da ganz kurz noch drauf tun. Alles klar, verstehe. Guck mal, so lange hab ich dann Zeit. Alles klar. Ah, ja. Hier siehst du, es klappt wohl. Okay, alles klar. Meine Güte, das ist ja ein... Das ist echt vollkommen bescheuert. So. Jetzt hab ich zu lange gewartet. Moment. Alles klar. Alter, ey. Ohne Witz. Nein. 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 Yo. Also ich glaub, komplett durchkommen aber auf keinsten. Hm. Alter, jetzt langsam reicht's mir hier. Ja, komm, ähm, weiß ich auch nicht. Ich glaub, ich muss jetzt hier gleich nochmal wieder stoppen. Also sonst sind wir hier Ewigkeiten dabei. Okay. Ey, Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade nicht so viel erzähle, aber ich ähm, muss da echt das richtige Timing finden. Aber es scheint mir echt ein wenig, äh, schwierig zu sein. Ähm. Oh, ich hab's fast geschafft. Scheiße. Hat dann auch nur einen, ne? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Junge. Alter, wie oft das hier noch wohl kommt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm, ähm, Start, Alter. Start, 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 Start. Ähm. Ich seh's schon, die Folge ist jetzt fast schon wieder zu Ende. Und, äh, ich glaub, ich brauch da mindestens noch 10 Minuten, bis ich's da in die Mitte geschafft hab, geschweige denn, bis ich's zur anderen Stelle geschafft habe. Ähm. Ja, ich sag mal, wir machen hier jetzt an dieser Stelle mal Schluss. Ich glaub, ich mach jetzt auch generell mal ne Pause. Ähm, ist jetzt auch immerhin schon ein paar Stunden her, dass ich hier angefangen habe. Also, einiges muss ich jetzt natürlich auch noch rendern. Ähm. Ich hoffe, wir schaffen's beim nächsten Mal hier durch. Ähm. Genau. Und dann, ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.